hallo freunde das ist einmal wieder ein video also ja das ist wieder der teil meines neuen formats ich nenne es mal encampment ich weiß nicht gerade wie man das ausspricht aber ich sag mal encampment ich erzähle ein bisschen die letzten tagen waren auf verschiedenen livestream plattformen richtig erfolgreich das muss man eben sagen dass ich wirklich 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 erfolgreich bin und ich danke euch wirklich sehr die 115 abonnenten erreicht zu haben dieses video gibt jetzt kein special das nächste abo special kommt bei 500 falls wir das noch schaffen bei den videos für mich da wo ich ja gesagt habe ja wie das für mich das sind die verschiedensten livestreams die drauf bin außer dass das video von einfach aktiv da war euch der gewinner also der gewinner des videos war ich mit dem mündmann hd tv ich habe dann schon ein danke video gemacht die müssen es euch einfach mal ansehen und dann kommen wir weiter zur sache und da kommen wir einfach so mal zur sache also ja ich habe sehr erfolgreiche turbulente wochen durch erlebt freue mich wirklich über jeden abonnenten der mich abonniert und dann ja dann habe ich noch etwas für euch zusammen das account mein leben für euch für euch meine ich meine ich und dann will ich euch sagen dass ich da das kaninchen video sehr gut bei euch ankam versuche ich wieder mehr erfolgreichere videos zu machen wieder von meinem leben erzählen aber jetzt mein live ist eigentlich alles vorbei weil ich es nicht will ich mache nur noch unkategorisierte videos videos mit der coca cola und dem kaninchen nehmen das mit dem kagelnischen war ja ein riesiger erfolg wie ich gerade gesagt habe und ja dies ist jetzt einfach ein hilfreiches video an alle danke abonnenten ich danke euch wirklich großen dank mein kanal existiert eigentlich schon seit dem 29 juni aber dann habe ich es doch ein bisschen umüberlegt ja ich hatte zuerst Chargerpinks dann lego starvods nennen die demie tv dann abc29 alle drei kanälen waren mir zu dumm und ich machte eigentlich nur noch trash content jeder von dieser trash content war alles erfolglos einfach es war einfach alles total erfolglos ich müsste es einfach sagen dann habe ich bei der müllmann gemacht meine ersten videos und von meinen eltern wieder abgedreht also gelöscht ich hatte auch probleme zum beispiel das mit million bull und dutchkrone ja das war wirklich ein riesigen beef falls ihr wirklich glaubt der beef ging sehr lang also ich will hier einfach sagen in meinem video dass man mir wirklich die freiheit für dieses video geboten hat einfach ja ich danke wirklich für alle die die mir likes kommentare gegeben haben auch etwas unbekannter youtuber die ich nicht durch sap was up live streams und spam kennengelernt habe ich danke euch wirklich allen für ein herzliches abo ja ich danke jedem von meinen community sehr wenn ihr wollt könnt euch auch euren kanal anschreiben und eure videos legen und euch abonnieren wenn ihr es mir einfach schreibt ich mache es ganz gut der größte youtuber ist es ähnlich so also ich sage meinen kanal ja den ging denn der ist wirklich geil den geilometer wirklich geil und ich kann es euch garantieren mein youtube kanal der wächst und ich freue mich einfach und jetzt noch das dass ich euch im video schon im ähm wie heißt es nochmal clickbait ne tumble ja ich in einem clickbait gesagt habe um als ich einen neuen namen für meine community habe ich nenne sie jetzt ab sofort Müllis Leute ich bin Mülli also Müllmann also der fette Müllmann hat jetzt einfach Mülli und Leute sind meine Untertaner also Müllis Leute also ich habe ja schon zwei Videos mit der Grüße an meine community gemacht und ich grüße euch immer noch ich nenne euch ab sofort Müllis Leute ich hoffe wirklich es gefällt euch wirklich mein video ihr schreibt es auf den anderen Kommentaren was ihr euch wirklich alle kennen lernt Fette Müllmann HDTV heisse ich ihm also streck streck HDTV ich möchte es einfach mal angeben ja da man wirklich da das kaninische video wirklich gerade dran ist die erste jetzt mal live Folge zu überholen und das so ein enorm riesiger Erfolg wurde danke ich euch allen die diesem kommentar ein like ab und zu gegeben haben ich habe wirklich sehr viel Erfolg beim Video gewonnen ja ich habe auch noch ich habe sehr viele Sachen auf meinem Video schon ausprobiert das Fragen beantworten die Community grüße die Lebenserzählungen die Satire der Witz so alles die verschiedensten Themen aber ich danke euch Community für das dass wir in diesem Monat in diesem Monat dass wir letzten Monaten vier Monate sehr lange sehr sehr viel Spaß hatten nein es existiert weniger als vier Monate ja so in den 3, 4, 2 so hatten wir als Fette Müllmann HD wirklich habe ich zacken durchgemacht ich finde jedes Video hervorragend alle Videos sind wirklich gern ich hoffe die älteren Mitglieder kennen meine Videos schon ein bisschen ja und ich hoffe euch hat den Monat mir gefallen in ein paar Tagen kommen am Freitag habe ich dann auch noch ein System eingebaut dann kommt jede Woche nur noch eins Video also so ein bisschen regelmäßiger ist und nicht die Videos dass die Videos schneller erfolgreich werden mache ich längere ich lade sie immer am Freitag hoch ich versuche sie ein bisschen zu pushen ihr könnt mir auch noch die letzten Videos von mir abonnieren das sind die meiner Kinder ich versuche wirklich nur noch Videos mit Aufwand zu machen also die nächsten Videos kommen nur noch am Freitag außer wenn vielleicht Feiertage sind da kommen sie nochmal zwei Mal in der Woche dann ist es eine Ausnahme aber ich danke allen die mich abonniert haben meine Community ihr seid ganz brav die möglichst Leute ich gratuliere euch und tschüss